Wir begrüßen euch hier aus der Toskana in Italien vom Campingpark Albatross. Wir wollten eigentlich schon ein bisschen früher mitfilmen, aber leider hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben die erste Zwischenübernachtung in Österreich gemacht, da sind wir aber recht spät angekommen, weil wir doch länger gefahren sind als geplant. Ja, und dann am nächsten Tag war geplant. Ja, wir wollten eigentlich am Gardasee übernachten, nachdem wir da allerdings fast alle Campingplätze, also die größten und die meisten Campingplätze rundherum abtelefoniert haben und alle gesagt haben, nein, kein Platz, kein Platz, kein Platz, kein Platz. Ja, sind wir dann weitergefahren und zwar direkt 50 Kilometer vor unser Endziel, also sprich 50 Kilometer vor San Vincenzo, wo wir jetzt sind. Da waren wir auf einem Campingplatz, der unseren Ansprüchen... Es war ein kleiner, aber feiner, aber wir sind halt andere Campingplätze gewohnt. Genau, er hat unseren Ansprüchen nicht so genügt, sagen wir es mal so. Für uns gibt es halt doch die eine oder andere Sache, die uns wichtig ist und dazu zählt eigentlich auch Sauberkeit und naja, es wurde geputzt, aber naja, mehr sagen wir dazu. Wir erwähnen aber auch den Campingplatz hier nicht mit Namen, ja, weil man den Ruf relativ schnell schädigen kann, das wäre nicht fair. Nee. Deshalb, also es war auch günstig, das muss man noch dazu sagen, ja. Ja, so, jetzt sind wir hier und das schon seit Sonntag. Wir wollten, ja, eigentlich schon früher filmen, aber wir waren einfach, um es deutlich auszudrücken, urlaubsreif und schlag kaputt. Ja. Wollten uns erstmal erholen. Jetzt haben wir hier mehrere Tage gechillt, wie man es in der Jugendsprache sagt. Und, ja, waren mal am Meer, mal am Pool, haben unseren Sohn und Mann ein bisschen Schwimmen beigebracht und, oder versucht, sagen wir es mal so, ne. Und, ja, jetzt wollen wir uns halt mitnehmen, auf Ausflüge und, ja, auf Unternehmungen, die wir hier erleben. Ja, und natürlich filmen wir jetzt auch jede Katastrophe mit. Das ist versprochen. Wenn ihr Lust habt, kommt mit. Genau. Liked. Bleibt dran, lasst ein Abo da. Ein Abo wäre auch nicht schlecht, genau. Und, ähm, dann erfahrt ihr mehr über uns. Wir sind ganz neu auf YouTube oder zumindestens haben wir hier noch keinen Abonnenten. Und, ähm, ja, wir würden uns natürlich über ein paar Abonnenten freuen. Übrigens, das haben wir vergessen zu erwähnen, wir sind mit einem Wohnwagen unterwegs und, ähm, sind schon seit, äh, mehreren Jahren, also sprich seit acht Jahren, äh, Camper. Wir sind auf einem Saisoncampingplatz vertreten. Das heißt, äh, von April bis Oktober campen wir, äh, dauerhaft und versuchen, ähm, ja, wie es halt möglich ist, ne, ähm, ähm, in den Urlaub zu fahren. Einmal im Jahr wollen wir auf jeden Fall unsere Sachen packen und wegfahren. Genau, soviel zu uns und, ähm, wie gesagt, bleibt dran. Bis dann. Ciao.